Moin Leute und damit herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir machen hier in der Zelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und schauen, was wir da jetzt heute so bekommen. Die Stichwahl, die Stich. So. Wir müssen dann jetzt... Wir müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er sich beurteilen. Wir erhöhen den Druck aber. Besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der glücklichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Weiß ich nicht, ich glaube, wieder reingehen sollten. Okay, ein Kampfmesser, alles klar. Haben wir nicht irgendwie sogar gehabt. So. Wir schauen dann jetzt erst mal, wo wir haben wollen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal nach da oben. Ich würde sagen, dass er wehtut. Ja, egal. Oh Gott. Sauber macht keinen Scheiß. Nein, was? Ja, okay. Okay. So. Wo war das? Irgendwo da oben. Nein, komm, wie soll ich denn da hinkommen? Ach du Scheiße. Ich glaube, dass im Regen nichts mehr mit hochklettern. Wieso war das gerade so spannende Musik? Das war letztes Mal nur, weil da Wölfe kamen. Und du denkst, sehe ich gerade keine Wölfe. Das macht mir etwas Sorgen. Und du denkst, sehe ich gerade nicht mehr so viel wie nach da oben. Nein, was tust du? Ich bin schlauer. Das ist doch nicht so wahr. Wahrscheinlich ist es erst als der Tor überspringen. Nein. Schätzelein. Okay, da tun sie auch alles. Also nehmen wir erst das. Wenn wir jetzt schon hier sind. Dann ist da drüben noch eins. Was? Was soll ich machen? Ach da. Jawoll. Komm schon dauer. Zieh. Zieh Bruder. Neues Basislager, das ist top. Das zerstören wir dann mal. Das ist natürlich schon echt dumm, wenn die mal die Türen machen. Also normal so. Hä, was war das denn? Wahrscheinlich. Okay, ich muss jetzt nur noch irgendwie nach da oben kommen. Kein Plan. Wie? Aber naja. Okay. Okidoki. Okidoki. Nein, du sollst ja dran hängen bleiben. Komm mal. Komm mal. Ich bin nicht zu dumm dafür. Komm ich da sonst irgendwie anders zu? So. Vielleicht komm ich ja hier hoch. Nein, komm ich nicht hoch. So, 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 klar. So, so, klar. Nein, da bin ich nicht. Ihr könnt ja nicht. So, toll, jetzt bin ich hier oben. Wie komm ich jetzt nach da drüben? Verdammt. Scheibenkleister. Ah. Das macht etwas jetzt. So. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Und wie zu teufel komme ich jetzt nach da oben. Und wie zu teufel komme ich jetzt nach da oben. Ich glaube, das wird nichts. Ich muss dieses Teil erwischen. Das fülle wohl noch ganz da. Nein. Mach keinen Scheiß. Das war das Falsche. Das war das Falsche. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Oh, Jesus. Vielleicht habe ich es jetzt. Ich muss mal schauen, vielleicht habe ich es jetzt gewusst. Ich muss wieder da hinkommen, allerdings habe ich noch keinen Landgeschossenschaften. Ich glaube, ich war hier durchgebrochen. So. Dann hier. Ja, das kann sein. Oh Gott, ich springe vorbei. Wieso? Weil ich nichts kann. Natürlich. Und schon wieder. Oh mein Gott. Ja, ich bin auch ein bisschen gehandicapt. Ich kann den Arm nicht so bewegen, aber naja, das soll jetzt auch kein Ausreden sein. Ich würde einfach sagen, hier oben hören wir auf an dieser Stelle. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter und versuchen, den letzten Repeater zu zerstören. Bis dahin haut rein. Und ciao.